Es war mal wieder soweit. Ich war mal wieder auf RGB-Beleuchtungsentzug und deswegen habe ich mir das Glary von Tronsmart besorgt. Das habe ich mir nicht besorgt, sondern es wurde mir ehrlicherweise zugeschickt von Tronsmart ohne Bezahlung. Deshalb gibt es hier ein unverfälschtes Review, denn mit Bezahlung würde ich mich natürlich kaufen lassen. Nein, kleiner Spaß würde ich auch nicht. Ich möchte euch mal eben hier völlig unvoreingenommen zeigen, was es hier mit auf sich hat. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und ist tatsächlich ein USB-betriebenes 7.1-Headset. Mit 50mm Lautsprechern bzw. Audio-Driver nennt man die. 7.1 virtuellem, wohlbemerkt virtuellem Surround-Sound und wie gesagt bunten LED-Beleuchtungen. Natürlich hat das Ganze ein Mikrofon hier angebaut. Das können wir wahrscheinlich auch wegstecken, wegschieben. Linke Seite, rechte Seite, Oberseite, Unterseite, Rückseite. Da stehen noch ein paar Dinge, zum Beispiel hier ein paar technische Daten, wer die sich kurz anhalten möchte. Eine Kabelfernbedienung gibt es auch noch. Das ist schön. Auch die ist sogar RGB beleuchtet anscheinend. Oder wir können die Beleuchtung damit offensichtlich steuern und ein- und ausschalten. Das ist nicht schlecht, denn manchmal kann die auch nerven. Ich würde sagen, wir schauen ganz einfach rein. Hier oben hat die Packung noch so einen schönen Aufhänger. Auf jeden Fall haben wir hier das Headset und hier die, nein, was ist das? Eine Garantiekarte. Und hier haben wir dann die Bedienungsanleitung. Da schauen wir noch eben kurz rein. Ein schöner chemischer Fabrikgeruch, kommt auch aus der Packung mit raus. Das ist auf jeden Fall schon mal angenehm. Dieser typische China-Geruch würde ich schon fast sagen. Was haben wir denn hier? Gibt das Ganze auch auf Deutsch? Ja, und zwar hier. Hier habt ihr unten rechts nochmal die technischen Spezifikationen. Die gehen hier auf der nächsten Seite weiter. Ja, Verwendung. Verbinden Sie den USB-Port mit dem USB-Anschluss Ihres Rechners. Wer hätte es gedacht? Garantie, Sicherheitshinweise, Pflege und Wartung, Lautstärkewarnung. Naja, ich denke mal, zu einem Headset gibt es nicht allzu viel, was man in eine Bedienungsanleitung schreiben müsste. Deswegen schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich sehe schwarzen Klavierlack. Das gefällt mir jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so schön. Aber soll uns jetzt hier erstmal für die weitere Bewertung nicht stören. Was ich auf jeden Fall cool finde, schon mal, ist der Mikrofonarm hier. Der ist an so einem kleinen Stahlärmchen hier. Nein, es ist natürlich kein Stahl. Es ist irgendwas in Gummi oder Kunststoff eingemanteltes. Da wird so eine kleine flexible Feder drin sein. Auf jeden Fall cool, dass man den nicht irgendwie hochsteckt, wie bei vielen Headsets, sondern hier flexibel hin und her biegen kann. Dafür kann man ihn natürlich auch nicht ganz verschwinden lassen. Bleibt nur, ihn nach hinten oder nach oben zu stecken irgendwie. Ist also wahrscheinlich wirklich als dauerhaftes Headset konzipiert hier und nicht zum Wegstecken des Mikrofons, damit man es auch als reinen Kopfhörer benutzen kann. Das hier wirklich nur für die Kommunikationsfreudigen, die können dieses Gerät von Tronsmart nutzen. Ist natürlich alles Vollkunststoff hier, außer das hier. Das dürfte irgendein Blech sein, die Gitter. Und ja, wie gesagt, den Klavierlack hier, den hätte man sich aufgrund der Schmutzempfindlichkeit alleine schon sparen können. Aber auch wegen der Optik. Ich finde, das sieht immer ein bisschen kitschig und billig aus. Dafür sieht der Bügel hier sehr schön aus. Der ist tatsächlich auch wieder aus Metall. Der ist schön kühl. Ebenso hier, ja, dieser Zugmechanismus. Da kann man dann, wie gesagt, nur hoffen, dass das Kabel hier nicht irgendwann von einem Kabelbruch betroffen sein wird. Wenn man das oft auf und ab setzt auf seinen Kopf, dann ist das Kabel natürlich auch häufig in Bewegung. Das Gleiche nochmal hier an der anderen Seite. Markierung links haben wir hier. Markierung rechts, sogar in edler Schreibschrift. Und ja, dann haben wir hier diese hochqualitativen Memory-Schaumohrenpolster. Die fühlen sich gut an, auch wenn das natürlich kein echtes Leder hier sein wird. Und ja, so habe ich das zumindest bei anderen Headsets dieser Bauart, dieser Preisklasse meistens erlebt, dass die dann nach einigen Jahren ganz einfach zerfleddern, zerblättern, zerbröseln. Das ist immer unschön, aber naja, lässt sich wahrscheinlich in der Preisklasse nicht vermeiden. Das Kabel hier ist zumindest vielversprechend gegen Kabelbruch gesichert. Kein gesleeftes Kabel oder sowas. Dafür scheint es einigermaßen flexibel und silikonummantelt zu sein. Hier haben wir dann die Kabelfernbedienung, die sich auf ungefähr 30 cm, würde ich sagen, unterhalb des Headsets des Kopfhörers befindet. Mit Lautstärkesteuerung natürlich, Mikrofon, Stumm- und Wiedereinschaltung, LED-Ein- und Ausschalten und hier unten ein Equalizer. Da können wir offensichtlich verschiedene Sound-Voreinstellungen auswählen. Das ist interessant. Dann haben wir noch eine ganze Menge Kabel. Ich vermute mal 1,50 Meter Standardlänge und am Ende einen USB-Anschluss. Denn wie gesagt, das ist ein USB-Headset, kommt sozusagen mit eingebauter Soundkarte, können wir an jedem PC mit USB-Anschluss auf jeden Fall betreiben. Ohne weiteres rumgefummelt, ohne irgendwo hinter unserem Rechner die entsprechenden Audio- und Mikrofon-Ports zu finden. Ich habe das Teil jetzt hier mal per USB angeschlossen, wie gesagt. Und ja, es leuchtet schon schön vor sich hin. Allerdings leuchtet hier vorne das Mikrofon-Ende nicht. Das sah auf der Verpackung anders aus. Ich habe natürlich auch gerade schon ein bisschen rumprobiert. Anstandlos erkannt wurde das von Windows 10 und Windows 7 übrigens auch. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, aber da kann das Headset wahrscheinlich nichts für, ist, dass meine Standard-Soundkarte jetzt deaktiviert wurde und ich das Headset hier erst wieder deaktivieren bzw. da hinten ausstöpseln muss, bevor meine normale Soundausgabe wieder funktioniert, zum Beispiel über meine externe Anlage. Da kann aber, wie gesagt, das Headset nichts für. Es sieht auf jeden Fall schon mal cool aus hier mit der Beleuchtung, auch wenn das hier zugegebenermaßen nicht allzu hochwertig da drin aussieht. Wie gesagt, auch die Klavierlack-Optik, die ist jetzt nicht unbedingt in meinem Fall. Aber ich zeige euch mal ganz kurz hier die Bedienelemente auf der Fernbedienung. Wir haben natürlich die Lautstärkesteuerung, das funktioniert alles gut. Und dann kommen wir nochmal hier zu der Mikrofonspitze, nämlich die kann ich einschalten. Nicht nur die LED natürlich, sondern auch das Mikrofon selber mit der Mic-Taste hier ganz oben. Wenn ich die drücke, dann sehen wir hier auch am Mikrofon ganz deutlich in roter Beleuchtung, wie sich das gehört, dass es jetzt aktiv ist und uns zuhört. Die LEDs, die können wir ausschalten. Andere Effekte da gibt es nicht. Gibt nur ein und aus. Also kein Glow- oder Blink-Effekt leider nicht drin. Und die Equalizer-Einstellungen, ja, die gehören wohl zum Sounderlebnis, was ich jetzt mal in den nächsten Tagen ein bisschen austesten werde. Und dann melde ich mich wieder. Ihr dürft das natürlich überspringen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und würde sagen bis später. So, einige Tage sind vergangen und ich habe das Teil jetzt hier mal im Alltag eingesetzt. Sprich zum Musik hören, Videos schneiden, zum Spielen auch und was man sich sonst noch so alles auf die Ohren tut. Und ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Sowohl von der Klangqualität, zu der ich gleich natürlich noch komme, aber auch vom Tragekomfort. Da wird auch nach längerer Zeit nichts unangenehm um die Ohren oder den Kopf herum. Der Kopfbügel macht auch wirklich einen soliden und hochwertigen, gemütlichen Eindruck, möchte man schon fast sagen. Auch die Ohrenpolster liegen fest, aber trotzdem angenehm am Kopf und schirmen einen auch schön gegen Außengeräusche ab. Sogar gerade wenn man keinen Sound ausgibt, haben die Ohrmuscheln hier einen abschirmenden Effekt. Fast schon wie diese Baustellen-Ohrenschützer. Lädt also wirklich auch zu längeren Sessions am PC ein. Dazu trägt natürlich auch der Klang bei. Ich bin zwar kein Audio-Enthusiast, der tausende von Euros für sein Equipment ausgibt. Ich bin da auch eher der Durchschnitts-User. Aber ich möchte mir auf jeden Fall mal das Urteil erlauben, dass die Kopfhörer zum Beispiel schon mal zum Musikhören wunderbar geeignet sind. Der Sound kommt satt und sehr zufriedenstellend rüber, sage ich ganz einfach mal. Dazu tragen auch die eingebauten Equalizer-Einstellungen bei, die man ja über den kleinen Knopf an der Kabelfernbedienung erreichen kann. Das sind im Grunde wie gesagt drei Variationen aus Tiefen und Höhen ganz einfach. Man kann den Sound also wahlweise basslastiger oder schärfer, also mit mehr Höhen einstellen. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Feature. So kann man sich den Sound gerade bei verschiedenen Musikrichtungen zum Beispiel oder dem gesprochenen Wort auch entsprechend den Bedürfnissen sehr gut anpassen. Das habe ich eigentlich täglich benutzt bisher und ist auf jeden Fall ein praktischer Pluspunkt an dem Gerät. Auch bei der Höchstlautstärke gibt es meiner Meinung nach nicht zu meckern und es klingt dabei auch bis in die hohen Bereiche weiterhin sehr angenehm. Das Schöne an USB-Headsets ist ja generell auch, dass man sich um elektromagnetische Probleme, also zum Beispiel Brummen oder Surren in der Regel keinen Kopf machen muss. So ist es auch hier. Auch wenn man die Quellautstärke zum Beispiel im Musik- oder Videoplayer auf ein Minimum stellt, rauscht rein gar nichts. Beim Zocken habe ich dann mal in Games wie unter anderem Fallout 4, Just Cause 3, Tomb Raider und ein paar anderen diesen virtuellen 7.1 Sound ausprobiert. Da muss man natürlich sicherstellen, dass man die entsprechende 7.1 Sound Ausgabe erstmal in Windows selbst als aber auch in den Spieloptionen dann meist aktiviert hat. Manche Spiele bieten zum Beispiel auch nur 5.1 Sound. Auch der kann aber in aller Regel über dieses Headset problemlos wiedergegeben werden. Was nur auffällt ist die Tatsache, dass manche Sound Effekte im 7.1 Modus manchmal etwas verfälscht abgespielt werden. Insbesondere tritt das bei Stimmen und Dialogen zum Beispiel in Fallout 4 oder Just Cause auch auf. Dreht man sich von einem gerade sprechenden Charakter zum Beispiel weg, verschwindet manchmal die gesamte Sprache, während die Untertitel und der Dialog damit aber weiterlaufen. Das passiert nicht immer, ist aber dann schon sehr nervig und verwirrend. Und außerdem wirken einige Sound Effekte in manchen Spielen, wie zum Beispiel das panische Schreien der verängstigten Bürger in Just Cause fehlpositioniert, sag ich mal. Einfach nicht an der richtigen Stelle, für wo ja in Wirklichkeit die Action gerade passiert. Da ist der Surround Sound offensichtlich nicht ganz gut abgemischt. Ich denke mal, das sind aber Probleme der einzelnen Spiele und nicht des Headsets. Gerade da diese ja zum Teil schon etwas älter sind, die ich jetzt hier getestet habe. In Windows hat man beim Benutzen des Headsets übrigens auch generell die Möglichkeit, Features wie Dolby Atmos oder Windows Sonic Raumklang einzuschalten. Das kann einfach mit einem Rechtsklick über das Tray-Icon unten rechts erreicht werden. So werden dann auch normale Stereo-Sounds in diesen virtuellen 7.1-Sound umgewandelt. Für Dolby Atmos muss man sich dafür unter Windows 10 noch eine kostenlose App aus dem Microsoft Store oder Windows Store heißt er glaube ich laden. Wie dem auch sei, bei mir kommt die ganze 7.1-Geschichte, wenn überhaupt nur beim Zocken zum Einsatz. Auch den Windows Raumklang habe ich deaktiviert. Und ja, selbst beim Zocken überwältigt es mich jetzt nicht so großartig. Ich habe das Gefühl, ein hochqualitatives Stereo-Headset tut mindestens den gleichen, wenn nicht einen besseren Dienst. Gerade für die Orientierung in 3D-Spielen, Shootern und dergleichen. Da hat mich der 7.1-Sound zum Teil, wie gesagt, ehrlich gesagt, er verwirrt, als dass es das Spielerlebnis in irgendeiner Form bereichert hätte. Deswegen werde ich persönlich, zumindest mit diesem Headset hier, ein klassischer Stereo-Zocker bleiben. Zum Mikrofon komme ich natürlich jetzt auch. Ich denke, ihr habt es jetzt schon bemerkt. Ich spreche jetzt in das Mikro vom Tronsmart Glare. Es tut seinen Dienst, aber naja, meine Videos aufzeichnen würde ich jetzt nicht unbedingt damit wollen. Es rauscht schon etwas im Hintergrund und die Sprachqualität klingt wirklich nach nicht viel mehr als nach einem Voice-Chat mit niedriger Bitrate. Schade ist auch, dass man das Mikro nicht wegklappen kann. Das Design ist zwar ganz interessant, auch mit der roten Beleuchtung, die man übrigens immer mit einem kleinen Blick nach unten auch sehen kann, also schnell erkennen kann, ob das Mikro gerade eingeschaltet ist oder nicht. Aber wenn man das Ganze kaum benutzen wird, wie ich, dann ist das manchmal etwas fehl am Platz, da es sich nicht wegstecken lässt. Man kann es sich zwar aus dem Sichtfeld schaffen, indem man es nach ganz unten irgendwo biegt, aber gerade beim Hinlegen zum Beispiel nervt es dann doch manchmal. Und ja, schade mit der Sprachqualität, die hinkt der Audio-Ausgabe dieses schönen Headset hier auf jeden Fall meilenweit hinterher. Und ja, deswegen spreche ich auch direkt mal wieder mit meinem alten Mikro hier weiter. Dem Snowball von Blue ist das übrigens. Insgesamt bin ich von dem Tronsmart Glare hier aber dann doch ganz positiv überrascht. Einzig die Verarbeitung ist noch etwas günstig gestaltet und vielleicht verbesserungswürdig. Ist natürlich auch Geschmackssache. Mir hätte matter Kunststoff besser gefallen. Dazu kommt, dass der hier verwendete Kunststoff schon etwas billig wirkt, muss man leider sagen. Dafür kostet das Ganze aber auch nicht viel. Und ja, über die eigentliche Funktion kann man sich, wie gesagt, bis auf das Mikrofon nicht wirklich beschweren. Ich werde das Teil weiterhin nutzen. Die Kabelfernbedienung ist vielleicht noch etwas schwer bzw. groß und nervt manchmal. Aber das wäre jetzt wirklich nur erwähnenswert, wenn man unbedingt was Schlechtes finden will. Ich empfehle euch das Teil besonders als Kopfhörer auf jeden Fall weiter, als Headset, also zum Sprechen wirklich nur für Voice Chat und sowas. Nicht zum Beispiel für irgendwelche Audio- oder Videoproduktionen, wie ich sie jetzt hier gerade im Kleinen auch mache. Da möchte ich dann doch ein bisschen saubereren Sound haben. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall von euch, denn mehr gibt es hier nicht mehr zu sagen. Das Review ist auch wieder mal lang genug geworden. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Natürlich könnt ihr das Video auch positiv bewerten. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Instagram gibt es jetzt auch. Schaut da gerne rein, wenn ihr mir privat etwas folgen wollt. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und wünsche euch alles Gute. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt. Haut auf jeden Fall rein. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Vielen Dank.